So und hier sehe ich auch nichts. Dahinten ist Harz, was ist daneben? Das könnte vielleicht was sein, weiß ich nicht. Lass uns mal hier was abbauen. So, jetzt sind wir hier unten. Das ist glaube ich eine schießende Pflanze. Okay, das geht erstmal. Auch mal ein Stück weiter nach da. Hier gibt es nichts. Das ist hier irgendwas. Kohlstoff, Bohnstoff. Da ist wieder so ein Geysir. Region Tundra. Aber hier müssen wir wahrscheinlich hin. Kriegen wir... Ah, ne, oder? Unser Sauerstoff geht zu Ende. Also zurück. Hier ist jetzt kein Punkt, wo ich sagen würde, ja, hier ist das, was wir brauchen. Ach, da oben ist der Harz. Und daneben war etwas, was ich nicht erkannt habe, oder? Hier wird ja scharf geschossen. Ah, das ist Ammonium, ne? Ja. Brauche ich auch leider nicht. Hier noch einen Blick rein. Da blinkt was. Und ich glaube, wir können schon wieder zurück, weil Sauerstoff gleich weg ist, ne? Ich sehe leider kein Dingens auch. Wer ist das? Ich sag schon. Kein... Gemisch. Gemisch fehlt mir auch. Jetzt ist jetzt die Frage, wo mein Dingens ist, wo meine Linie ist. Ich glaube, die könnte hier sein. Okay. Ja, son shit. Shit. Jetzt muss ich wieder so weit laufen, um das hinzukriegen. Das kann nicht sein, oder? Ich muss doch hier irgendwo Gemisch finden. Ach, hier ist auf jeden Fall eine Linie. Alles klar. Ja, das ist schon mal doof, ne? Da sind wir schon mal irgendwie so fast im Kreis gelaufen, dann, ne? Tja, wo sind wir hergekommen? Gute Frage, ne? Hier ist schon mal tot. Ah, hier ist Gemisch. Und darunter sind wir auch schon mal gegangen. Auch sehr schön, ne? Das ist nur die Frage, wo wir hergekommen sind, ne? Wahrscheinlich hier weg, oder? Ich glaube schon. Äh, ich glaube, jetzt sind wir im Kreis, oder? Da waren wir doch schon, oder? Na, wir haben aber Pinne. Ne, Pinne haben wir nicht. Die müssen wir noch machen, ne? Oder? Kriegen wir 30 Stück erst mal zusammen. Hier war die Tundra. Organische Ressourcen. Ich hatte gedacht, das wäre vielleicht Dingens gewesen. Sag schon. Was? Schrieen, lightsabschlzen. Schrieen,早? Ja. Oh. Okay. Okay. Das ist ein Schaft. Ich muss den erst mal verbinden jetzt hier, oder? Den noch verbinden und dann ist alles gut, oder? So, mir ist vorhin begiblich zum Ausgangsbereich, um die Mission zu verlassen. Aber bevor wir das machen, sammeln wir erst mal hier ein. Jetzt sieht das so aus, als ob wir mitnehmen können. Hier hinten gibt es aber nichts zu holen, oder? Ich weiß auch nicht, wer den Schlüssel gerade hat, ne? Wer hat denn den Schlüssel? Ah, er kann das auch machen. So, rein in den Sack, ja. Ich glaube, das ist die Linie, ne? Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles. Aber ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr, oder? Da, Nahrung. Es gab doch noch was. Okay, hier ist auch ein Ausgang. Wir schickten Soldaten, um das Dorf bewundern bei ihr, um wieder Wintervorbereitung zu erhelfen. Dann traf die Rote Armee ein und versuchte, das Dorf hinterzurennen. Die Bewohnern drängten unsere Hilfe, um den Angriff zurückzuschlagen. Wir haben es versucht und geschafft. Gut. Medaille zuweisen. Ja, wem sollst du denn jetzt die Medaille zuweisen? Befördert, befördert, der, der, der und, keine Ahnung, bestätigen. Also, sind vier befördert. Ziele. Abgeschlossen, alles abgeschlossen. Haben wir alles geschafft. Weiter. Erhaltende Ressourcen. Treibstoff, 100, das ist schon mal gut. Jetzt machen wir 50 davon. Erste Hilfe-Zit. Start beim Granaden. Verlassen. Ja, könnt ihr selber lesen, ne? Fortfahren. Okay, die gehen langsam, sind erschöpft. Ist halt so. Das ist es nicht, da ist ein Fass. Tja, weiß ich auch nicht. Weiß einer, wo die Sammler vorne alle stehen? Irgendwie kommt es gerade nur so vor, als ob die hier fehlt. So, hier hinten ist ja auch noch eine, ne? Aber die geht ja nicht bis dahin. Und der Förster, der forstet jetzt hier auf, weil der ist ja angesagt, oder was? Ne, ist er auch nicht. Was macht er denn jetzt hier? Warte mal, da ist jetzt aber keiner drin, ne? Nö. Aber auf jeden Fall wird hier jetzt die Arbeit gemacht, die ich jetzt haben wollte, ne? Also die Tröge sind alle voll und der pumpt auch noch und das Wasser muss wohl sauber sein. Und hier funktioniert es auch, sieht auch gut aus. Alle unseren Pumpen sind gut aktiviert. Ja. Der Bauernhof läuft auch noch. Ja, ich weiß nicht, irgendwann liegen die jetzt hier gleich brach, schätze ich mal. Diese Pflanze ist gut bewässert und gesund, noch läuft's. Da ist eine Bank. Ich sehe die Sammlerfahne hier nicht. Weil der ist doch nur zum Anpflanzen, da, ne? Hm. Dahinter verbirgt sie auch nichts. Da sind Bären und Kastanien und das ist vielleicht auch im Anzugsbau, ich weiß nicht. Ah, hier ist er, oder? Rohrholz, ja, der sammelt das. Und das ist auch für den abgedeckt. Okay, das passt dann. Gut, da sind aber nur drei Bäume, ne? Und müssen wir hier oben noch gucken, dass das hier besser läuft. Der ist aber wohl besetzt, ne? Von New Walker. Passt. Der hier. Holzfahne. Ach, der ist ja auch besetzt. Den brauche ich doch gar nicht priorisieren, den kann ich doch noch wegschicken, oder? Ich habe doch den hier. Warte mal, Holzlager voll? Nein, Holzlager ist nicht voll. Rohrholz kann hier rein. Aber die sind doch zu 100% fertig, oder? Ach, nee, oder? Verstehe ich jetzt gerade nicht. So, hier ist das schmutzige Wasser vielleicht noch da, aber das ist dann auch schon ausgetauscht. Und hier, ah, hier ist noch das Brachwasser drin, ne? Das zieht jetzt langsam hier bei uns durch, ne? Also, diese Pflanze ist gut bewässert und gesund. Das heißt, es macht diesen Pflanzen wohl im ersten Moment nichts aus. Nein, der können doch nur da anpflanzen. Na super. Weil da die Leiter ist, sollen wir das mal probieren, ob wir hier noch eine Leiter reinmachen können, und dann geht es da auch. So, jetzt stellt sich die Frage, können wir irgendwo noch Meerwasser, also Meerwasser jetzt nicht salzig ist, sondern die Menge an Wasser aufstauen. Oh, hier haben wir auch noch was. Ruinen, Stahl, Altmetall. Was macht unser Altmetall da unten? Ja, hier wird jetzt auch nicht weitergearbeitet, ne? Vielleicht kriegen wir das doch nochmal irgendwann abgearbeitet, oder? Da bauen wir einen Damm, ne? Okay. Wenn wir das trockenlegen wollen, oder was machen wir da? Weiß ich nicht. Vielleicht, aber die Biber können ja durch Wasser laufen. Guck mal, da können die gar nicht lang, weil da eine Brücke fehlt. Weg ist da. Jetzt können die auch da hin, ne? Weißt du was? Den können wir da erstmal rausschicken, der soll woanders arbeiten. Bretter brauchen wir zurzeit nicht. Hier schön am Lagerfeuer sitzen, ne? Das ist auch schön. Gegrillte Kastanien fehlen uns immer noch. Und es ist immer noch kein nasses Fell genug vorhanden. Das ist Faulwasser. Wo ist denn jetzt das Krankenbett gelandet? Ah, ist auch noch nicht fertig. Das ist schlecht. Was machen jetzt hier die Pflanzen? Sind die kaputt? Gut, gewässert und gesund. Also jetzt ist Faulwasser, macht den Pflanzen wohl nichts aus. Und hier ist es natürlich komplett noch da, ne? Haben wir hier noch irgendwo eine zweite Sammlerfahne? Da. Aber hier oben kann gar keiner sammeln, oder was? Ist hier ja keine Sammlerfahne, so ein Shit. Da sind zwei Böse. Da ist noch ein Böser. Der bewacht eine Waffenkiste. Das ist aber nicht hier unser Ziel, ne, oder? Ne. Was ist das? Silber eine Schüssel, okay. Seetank, okay. Der ist jetzt weg. Dann gucken wir an die Waffenkiste dran, ne, oder? Da schwimmen wir mal nebenher. Was ist das für eine Quelle? Uh. Die hat mich tatsächlich jetzt erwischt, ne? Da gibt es Sauerstoff, den ich aber nicht unbedingt brauche. Was ist das jetzt? Ach, Sauerstoffflasche. Und die nehmen wir doch mal mit. Das war noch eine Glasscherbe, oder sowas. Ah, hier ist das Schiff. Meine liebe Lea-Shan. Bringen Sie mir so schnell wie möglich, bände da in Auftrag. Okay. Das ist jetzt nicht so gut. Was war denn gerade? Mein Lea-Shan. Sie schwand in ungründigen Tiefen. Das scheint ein riesiges Lebensfunkwesen zu sein. Bitte zieh los, hol sie zurück. Moment mal, das sieht aber nicht gefährlich aus. Außerdem sind die Türen auf dem Schiff alle verschlossen, also komme ich nicht hinein. Glaubst du wirklich daran? Ich hätte nicht gedacht, bevor ich Lea-Shan Rettungsplan ausgeheckt habe. Ich gebe dir meine Geheimwaffe, den Brennschneider. Selbst in diesem Moment warte Lea-Shan auf ihrem Meister. Komm zum Boot, ja? Dieser Typ ist unverbesserlich. Was ist das da unten? Schrott, okay. Sind das Fische oder was? Ja, sieht so aus. Da ist noch eine Kiste, die machen wir erst. Rote Scharfschützengewehr, das ist doch was. Vielleicht brauchen wir das noch. Kann ich das jetzt hier aufmachen? Nee. Wie kriege ich denn jetzt den Brennschneider? Oder muss ich den erst holen? Oh oh. Oh, wir brauchen mal ganz Sauerstoff, wenn wir schon hier sind, ne? Jetzt brauchen wir noch diese Qualle, ne? Kalksteinhöhle. War das hier? Nee, ne, oder? Der da unten ist bestimmt böse. Ah, das sind die Ziele da rechts. Davon muss ich jetzt eine besorgen, ne? So, das ist alles, was ich brauchte. Okay. Lass uns mal gucken, dass wir hier auch vielleicht hochkommen. Da ist noch zur Kochzutat vielleicht. Salz. Hier gibt es noch ein bisschen Sauerstoffblaue. Das war Bleierz. Kommen wir hier irgendwo raus? Ich glaube nicht, ne, oder? Luft haben wir auf jeden Fall genug. Die will ich jetzt nicht. Und hier sind wir aus der Höhle, glaube ich, raus, dann, ne? Okay, hier sind sehr, sehr viele böse Fische. Da ist noch so einer, ja. Wenn der eine vorbei ist, kommt schon der andere, ne? Super. Aber ich glaube, hier oben sind wir safe. Ja, der muss jetzt nur abhauen, ne? Wie viel Gewicht haben wir denn? Ach, sechs Kilo erst. Wir konnten ja mal diesen Papageienfisch nehmen, oder? So, 11,8 Kilo von 19. Okay, da haben wir noch ein bisschen was möglich. Wir können aber ein bisschen weiter woanders noch hinschwimmen. Ach, hier können wir noch so eine Koralle drauf kriegen, ne? Essensstände 18%. Das ist schon mal ein bisschen besser jetzt. Und merkt, Toilette ist 0%. Wie kriege ich aber in den Toiletten einen Kempner rein? Wenn ich draufklicke, sehe ich ganz kurz das Fenster, aber... Ah, da ist wohl Buggy, ne? So, der ist da im Lagerhaus. Da ist ein Zimmermann. Der ist noch ein Fischer. Ja, das brauchen wir auch. Der ist ein Zimmermann. Ne, ein Träger. Ja, da ist das Lager. Obstbauer passt. Hausmeister. Ja, ich brauche ein oder zwei Hausmeister auf jeden Fall. Der ist ein Zimmermann, der geht gerade schlafen. Der ist ein Händler. Ist auch okay. Hausmeister. Bergmann. Hirte. Obstbauer. Lautsprecher. Ja, okay. Holzfelder. Ja. Essensverkäufer. Okay. Zimmermann. 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 Fischer. Zimmermann. Essensverkäufer. Lautsprecher. Träger. Obstbauer. Fischer. Hirte. Zimmermann. Hirte. Zimmermann. Zimmermann. Kann sein, dass wir da zu viele Zimmermänner haben. Zimmermänner wären hier, ne? Das habe ich schon rausgenommen. Das wäre jetzt nur noch bei 1,18 anstatt. Ja. Ich nehme da jeweils nochmal einen raus. Und hoffe, dass dann mal hier was in der Forschung passiert. Ich will da aber nur 2 drin haben erstmal. So, wie sieht es mit Essen aus? Ist nichts passiert. Wir haben noch die 5 Fleisch. Das war alles. Und hier ist schon wieder irgendwie Schnee, ne? Hier sind 2 Händler drin. Und wenn da 2 Händler sind und da oben auch noch 2 sind, dann sind das 4. Das ist mir auch schon wieder zu viel für den Markt. Erstens Verkäufer. Komm, da muss einer verkaufen. Das muss reichen. Und hier unten machen wir das gleiche in grün. Auch nur einer. Vielleicht kriegen wir dann mal hier die Forschung voran. Da ist noch keiner drin. Wenigstens ist jetzt einer Toilette am Arbeiten. Das ist viel wichtiger. Dienstleistung, Toilette. Vorhersteller, Stadtschreier. Toilette ist 0%. Oh, wir haben einen Fisch. Das hier, Getreide. Wo ist denn das Getreide, bitteschön? Wir haben noch kein Getreidefeld, oder? Bühnen, will der. Alle wollen Bühnen. Hätte gern mehr Kleidung. Besser Zugang zu Schreiben meines Glaubens. Besser Zugang meines Leibens. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Wie viele Arbeitslose haben wir denn? Benötigt 28, Arbeitgeber 30. Äh, Arbeiter 30. Warte mal, dann kann ich doch hier noch einen mehr machen. Wie sieht es mit Essen aus? Fünf, vier Fleisch nur noch jetzt, okay. Ja, Essen ist schlecht, weil auch zu weit weg, ne? Müssen wir mehr Dinge pflanzen? Plantage machen? Wo ist die Getreidefarm? Das ist die Frage. Ist hier oben noch eine Getreidefarm? Lass uns mal da gerade hochscrollen. Ist das hier? Ja, da ist Getreide, aber wir holen es nicht weg, denke ich, oder?